Willkommen zur Zusammenfassung des Retro Battles, letzte Woche Fortress of 4 und wir sehen schon, die Kontra hinten sind angetreten, ja, da scheinen einige erstmal versuchen wollen, ein bisschen zu gucken, na, wie ist denn die Steuerung und sowas, das Spiel scheint nicht eingeläufig zu sein, hier sieht man Retro Joe, Sammelt schon, schön Edelsteine ein, das bringt Punkte, das ist die richtige Strategie, ja, da war der Mann, der ist etwas ruhiger auf jeden Fall, guckt erstmal, springt nach links, das ist gar nicht so verkehrt, weil da gibt es nämlich extra Punkte, aber so langsam, aber sicher kämpfen sich die Leute auf jeden Fall durch, auch hier, hm, hier versucht der gute SSR Maniac die Kiste aufzumachen, aber da braucht man natürlich einen Schlüssel für, hätte man natürlich wissen sollen, aber das Spiel ist natürlich nicht jengeläufig, Gucken wir mal, der Retro Joe sprecht sehr schnell voran, das ist eine sehr, sehr schwere Stelle, wo er gerade ist, mit den zwei verschiedenen Wolken, das ist gar nicht so einfach, darüber zu kommen, das muss man erstmal schaffen, und da hat er als erster das erste Level geschafft, der Retro Joe, aber es geht weiter, Schnelligkeit gewinnt hier nicht unbedingt den besten Preis, es geht ja darum, wer genug Punkte hat, und nicht wer möglichst schnell weit kommt, Ja, da sieht man, da bin ich jetzt dabei, auch hier diese Wolken, das ist echt eine fiese Stelle, da denke ich mal, da werden so einige Probleme haben, ich habe auch hier schon ein Leben verloren, natürlich, Ja, unten links sehen wir den guten Perodor, der ist sehr, sehr vorsichtig, und der MZ und ich haben jetzt auch das erste Level geschafft, also, drei sind schon im zweiten Level, zwei, äh, drei noch im ersten, Ja, und auch hier der Perodor, der kämpft mit den Wolken, und ich glaube, auch der Weidemann hat etwas Respekt vor den Wolken, hat aber ein großes Vorteil, und, oh, der MZ, das ist auch eine fiese Stelle, wenn man hier sieht, wie später das, äh, Plattformen da hoch und runter geht, so am rechten Rand, das muss man genau abpassen, und den Sprung auch genau treffen, das ist wirklich nicht einfach, aber schauen wir mal weiter, der Perodor unten links ist auch im zweiten Level angelangt, Ja, eigentlich, Trödel-Heinis sind schroff gezockt, und rechts der SS in Maniac, wobei, man sieht schon, also irgendwas macht der Schwaldemann auf jeden Fall richtig, er hat schon fünf Leben, das ist natürlich nicht verkehrt, das könnte er sich als Vorteil später auf jeden Fall auszahlen, Ja, der Retro-Schul prescht weiter voran, ist schon im, äh, Zwischen-Level, und, äh, fragt sich wahrscheinlich, wie er auf diese Plattform da kommen soll, MZ hat sich bis zur Kanone vorgearbeitet, eieieiei, hat noch ein Herzchen, das wird natürlich knapp, ja, ich halte mich auf jeden Fall solide oben, zwar nur zwei Leben, aber dadurch, äh, auch relativ vorsichtig, aber konstant voran, Ja, hier der Retro-Jou, und wieder ein weiteres Level geschafft, Mensch, Retro-Jou, Schnelligkeit gewinnt dir hier nicht unbedingt den Preis, das müsstest du eigentlich wissen, es geht nämlich um die Punkte, Das fand ich immer sehr schön, wenn ihr bei Retro-Jou sieht, dass man dann da oben quasi, auch quasi das Level, dasselbe Level nochmal spielt, aber eine andere Ebene, Eine sehr, sehr schöne Part, ja, die Schlangen unten links beim Perodor, die fand ich immer sehr nervig, die nehmen nämlich viele, viele Schläge rein, Und der Waldemann, ja, wie ich schon beschrieben habe, wie man sieht, ist er bei dieser problematischen Stelle mit dem Block, und, Boah, er hat's geschafft, es sah knapp aus, aber, nun gut, ja, der SSM-Maniac ist immer noch im ersten Level, Mensch, zu langsam, sollte man natürlich auch nicht machen, und der Joe ist schon weiter, Mensch, wie der hier vorprescht, So ein Tempo, das muss man auch erstmal schaffen, ne, und er hat auch vier Leben, also, ganz, ganz, äh, unbedarft mit einem einsamen, ist er auf jeden Fall nicht, Das habe ich hier an dieser Stelle auf jeden Fall falsch gemacht, wie man sieht, ich habe immer noch zwei Leben, Während sich die anderen fleißig Zusatzleben einsammeln, da hätte ich auf jeden Fall mehr drauf achten sollen, Und jetzt ist auch der MZ weiter, sehr schön, auch oben, jetzt auf der Brücke, wäre ein SSM-Maniac, mein Gott, Junge, Sei froh, dass kein Zeitlimit da ist, es geht zwar um die Punkte, aber, so ein bisschen vorankommen sollte man denn vielleicht schon, Aber, immerhin, scheinst du die Wolken an dem Maßen hinzukriegen, und, und, schafft er den Sprung, und, Oh, knapp vorbei, Leben verloren, und wieder von vorne, beziehungsweise nicht ganz vorne zum Glück, Ganz zurück wird man zum Glück nicht versetzt, ja, schauen wir einfach mal, wie es hier weitergeht, Der Waldemar, der ist auch schon auf der oberen Ebene, Ich habe jetzt auch einen Zweig geschafft, und der Retro Joe ist schon beim ersten Boss, Mensch, schnell, gerade gestorben, Er scheint nicht so unbedingt mit dem Pattern zurecht zu kommen, Dabei ist es nämlich ganz einfach, wie man hier bei mir rechts sieht, das habe ich nämlich nur gut im Kopf gehabt, Das Spiel habe ich natürlich in meiner Jugend schon öfter gespielt, und das Bewegungsmuster ist bei mir auf jeden Fall im Kopf geblieben, Man muss zuerst oben sein, wenn er so nach unten kommt, dann kommt er von oben, und der Joe hat verloren, Das ist gerade, wo ich dem Boss erklären wollte, Joe, schön, dass du dabei warst, 7.050 Punkte hast du erreicht, Schnelligkeit gewinnt ja leider keinen Preis auf jeden Fall, Gucken wir mal, wie es weiter macht, ich bin ebenso beim Boss, auf jeden Fall muss man immer die Plattform zwischen der obersten und der unteren da wechseln, Nach vorne gehen oder sowas bringt einem da gar nichts, aber schauen wir mal auf jeden Fall, So, auch der MZ ist bei dem Boss angelangt, und ich bin gerade verwirrt, wo ist der Weidemann da? Hat der da ein Bonuslevel entdeckt? Ich schätze schon, ich hätte da vielleicht gerade mal drauf achten sollen, aber ich wollte euch kurz noch mal den Boss erklären, Auch der MZ hat so seine Probleme damit, ne? Und links der Perodor, der ist, bewegt sich auch langsam in Richtung Boss, und wie ich sehe, der SCN Maniac hat endlich das erste Level geschafft! Gratuliere, mein Guter, aber ein bisschen langsam, da habe ich auch schon den ersten Boss erwischt, und komm zurück in den nächsten Levelabschnitt, Ja, der Weidemann, der macht es auf jeden Fall richtig mit seinen 5 Leben bisher, mein Gott, das muss man erstmal schaffen, Okay, unten links der, der MZ ist ausgeschieden, ich habe gerade nicht drauf geachtet, der MZ ist jetzt auch bald dem ersten Boss ausgeschieden, Es sind nur noch 4 Leute übrig, ja, links der Perodor hat wieder ein Level abgeschlossen, Kämpft sich jetzt auch so langsam aber sicher dem Boss gegenüber, während ich jetzt hier schon im zweiten Kapitel auf jeden Fall unterwegs bin, Da wird es nämlich schon schwieriger, das Thema ist so ein bisschen mehr, Kerker verließ, bisschen gruseliger auf jeden Fall, So, der SCN Maniac hat die Schlange unten rechts, aber kämpft sich langsam, aber sehr sicher durch auf jeden Fall, Und der Waldemar, der hat es hier Level 1-1, wo hast du denn diese Bonus-Level entdeckt, die habe ich gar nicht im Kopf gehabt, Also, ja, ich würde sagen, der Waldemar ist fast langsamer als SCN Maniac, Aber, dafür hat er dann die entsprechenden Upgrades, hier hat auch der Perodor, Nein, 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 geh nicht nach vorne, geh nicht nach vorne bei dem Boss, das ist falsch, lieber Perodor, Und, auch für dich ist hier Game Over, also der erste Boss scheint auf jeden Fall bei vielen, vielen von euch so ein bisschen die Schwierigkeit zu sein, Jetzt haben wir nur noch drei Leute über, ich mit momentan 11.750 Punkten, der Waldemar mit 7.600 und der SNES Maniac mit 4.200 Punkten, Also, momentan wie gehe ich noch vor, habe mich auch schon weit, weit vorgekämpft, habe aber allerdings nur zwei Leben, Da haben natürlich andere jetzt besser gebunkert, jetzt schauen wir einfach mal, ich habe jetzt die Boots of Jumping entdeckt, Die sind sehr, sehr wichtig bei dem Level, dadurch kriegt er keinen Fallschaden und springt weiter, sehr, 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 sehr wichtig, Und ja, also, dass der SSS Maniac immer noch nicht eingeschlafen ist, so langsam wie er ist, Wobei, er hat jetzt mittlerweile den Waldemar überholt, der Waldemar ist das natürlich auch nicht verkehrt, Da geht es sehr, 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 sehr langsam an, oder habe ich mich vertan? Nein, der SS Maniac ist noch hinter dem Waldemar, und hier, der Sprung, der ist richtig fies, seht ihr das? So einen weiten Sprung, den, oh, aber da bin ich doch eigentlich auf der Plattform gelandet. Und auch da erwischt mich jetzt das Game Over, gerade weil ich ein bisschen zu schnell vorgegangen bin und keine Extra-Leben eingesammelt habe. Deswegen sind es noch zwei, jetzt zeitlich zumindest, über, und zwar einmal der Waldemar, der hier schon wieder eine Bonus-Level entdeckt hat. Mensch, die hätte ich mir vielleicht so ein bisschen besser an den Kopf holen können. Der holt hier natürlich jetzt die Punkte durch, oder ich hätte einfach die Regeln so festlegen können. Ja genau, man kann da oben über die Wand springen, das habe ich nicht richtig im Kopf gehabt. Ha, und so wieder ein Extra-Leben sammelt er ein. Mensch, also der hat es wirklich drauf. Bisschen langsamer alles erkunden, das zahlt sich hier auf jeden Fall aus. Aber schauen wir einfach mal weiter. Sieben Lehmann hat der Waldemar jetzt schon. Meine Fresse, das ist ganz schön ordentlich, auf jeden Fall. Aber mal gucken, wie sie beim ersten Boss kommen. Ich hätte vielleicht die Regeln so machen sollen, wer kommt am weitesten. Da hätte ich nämlich gar nicht so schlecht abgeschnitten, wie es aussieht. Aber schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall ist das für die sehr, sehr, sehr fördernd, dass es kein Zeitlimit gibt, auf jeden Fall. So, und beide haben quasi zeitgleich jetzt den Boss. Ha, wollen wir mal gucken, wer sich da jetzt besser anstellt. Nein, Maniac, geht doch nicht voran. Und auch der Waldemar, geht doch nicht voran. Ihr müsst die oberste und die untere Plattform benutzen nicht mehr. Geht ja hier nicht so offensiv durch. Guckt euch das Pattern an und genau dann schafft ihr den Boss hier auch. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall ist der Waldemar mit seinen 11.200 Punkten, ist auf jeden Fall durchaus gut aufgestellt. Ja, gucken wir mal einfach. Der Maniac hat schon ein Leben hier verloren. Der Waldemar auch. Aber er hat natürlich mehr als genug Puffer. Ha, oh, und da ist der Maniac tot. Mein Gott. Gut, der erste Boss, da scheint für viele von euch auf jeden Fall ein großes Hindernis zu sein. Jetzt haben wir noch den Waldemar. Und der hatte natürlich noch sechs Leben und ist damit auch sehr, sehr, sehr solide aufgestellt, auf jeden Fall. Das sieht man schon bei ihm im Gesicht dieser Anspannung. Er will es einfach schaffen, den Boss. Und er hat es geschafft. Perfekt. Jetzt schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Auch er kommt jetzt in die zweite Welt und in diese Kerker-Welt. Er freut sich auf jeden Fall. Und hier unten sehen wir schon die gruseligen Skelette. Ha, mal gucken, wie weit er kommt. Er groovt auf jeden Fall. Die Musik passt. Auf jeden Fall, das ist bei diesem Spiel auch ein sehr, 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 sehr hohes Gut. Die Musik, die geht sofort ins Blut. Die ist perfekt. Da hat Rare wirklich was 1a-spitzenmäßiges entwickelt. Und auch hier wundert er sich jetzt. Ha, wie komme ich da am besten hoch? Wie komme ich auf diese Plattform? Da bräuchtest du jetzt die Springstiefel, mein Guter. Dann würde es das auch gut aus dem Stand heraus schaffen. Ja, die Spinne hat kein Netz. Woran ist die befestigt? Aber auch hier muss man die Sprünge gut timen. Das unterschätzt man bei diesem Spiel. Man muss sehr, sehr gut die Sprünge timen. Auf jeden Fall, es sind 13.000 oder 14.000 Punkte mittlerweile schon. Damit ist auf jeden Fall Platz 1 dir schon einmal sicher. Aber zu der genauen Auswertung kommen wir gleich noch natürlich. Ja, ein leckerer Schinken wartet auf ihn. Aber leider ist er da bei der Spinne gefangen und hat da zu viel Schaden eingenommen. Obwohl er sich durch diesen Schinken natürlich geheilt hat. Ja, schauen wir mal. Und noch mehr Kristalle. Ich glaube, dein Punkte vorsprang lieber Waldemar. Der kann dir keiner mehr nehmen. Auf jeden Fall. Und er guckt jetzt noch einen richtigen Weg. Er hätte da auch oben drüber springen können. So viel weiß ich. Aber mit den Abkürzungen, da bist du ja auf jeden Fall sicherer. Ja, schauen wir einfach mal. Da kommt jetzt so langsam aber sicher jetzt die Stelle, wo ich auch gescheitert bin. Weil es einen wirklich tricky Jump gibt. Aber er hat noch sechs Leben. Also das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Und es sind natürlich Wassertropfen. Und wie in jedem europäischen Spiel sind die natürlich auch verletzend. Und wie man sieht, ziehen die auch durchaus ordentlich was ab. So, er holt sich den Schlüssel auf jeden Fall. Ja, wie kommst du da jetzt hoch, Waldemar? Wie kommst du da jetzt hoch? Eigentlich müsstest du jetzt zurückgehen und dann da raufspringen. Dann würde es auf jeden Fall gehen. Da ist auf jeden Fall eine Schatzkiste. Da gucken wir mal, was da jetzt drin ist. Eine Potion of Healing. Ja, wollen wir mal gucken. So. Und jetzt noch mehr Punkte. Mein Gott. Also so ein Punktevorsprung. Hier brauchst du die Boots of Jumps auf jeden Fall, um darauf weiterzukommen. Das schaffst du sonst nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich meine, du hast die nicht eingesammelt. Du hättest nämlich die Schatzkiste oben einsammeln müssen. Und wie man sieht, ist der Sprung eindeutig zu kurz. Du brauchst die Boots of Jump heißen die, glaube ich, im Englischen auf jeden Fall. Da kommst du anders leider nicht rüber. Das brauchst du gar nicht erst versuchen. Und da würdest du jetzt wahrscheinlich deine fünf Leben jetzt ver... Nein, das schaffst du nicht. Du brauchst die Stiefel, lieber Waldemar. Ach, geh doch einfach mal zurück. Und dann würdest du es auch weiter als ich schaffen. Aber wie man sieht, ich bin froh, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, der an dieser Stelle gescheitert ist. Weil die ist wirklich tricky und wirklich nicht einfach. Ja, da fragt er sich anscheinend auch schon. Wie schaffe ich das am besten? Er hat natürlich schon die perfekte Sprungposition eigentlich ausgesucht. Und dem hat nur mit den Hacken auf dieser Plattform gewartet. Aber das hat er nur noch zwei Leben. Ich glaube, das wird jetzt auf jeden Fall nichts mehr. Und, 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 ah. Aber auch da war es genauso wie bei mir. Eigentlich hätte man jetzt auf der Plattform landen müssen, oder? Oder was meint ihr? Und, wow, mal schauen. Und, 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 ah. Und schon wieder nicht. Und auch hier hat der Waldemar als Game Over. Aber natürlich mit 16.400 Punkten ein sehr, sehr solides Ergebnis. Aber, das so der Zusammenfassung. Jetzt gucken wir uns mal einfach mal die Punkte an. So, kommen wir zu der Siegerehrung. Auf den letzten Platz landet der SNES Maniac mit 1 Punkt und 6.400 erreichten Punkten. Am fünften Platz ist der gute Joe mit 2 Punkten und erreichten 7.050 Punkten. Auf den vierten Platz ist der MZ, der kriegt 4 Punkte und hat 7.150 Punkte erreicht. Also nur 100 Punkte vor dem guten Joe. Auf den dritten Platz, Bronze, erhält der Perodor 6 Punkte und hat 9.200 Punkte erreicht. Auf den zweiten Platz komme ich, ich kriege die Silbermedaille, kriege 8 Punkte und habe 12.950 Punkte erreicht. Und auf den ersten Platz, natürlich, der Waldemann bekommt 10 Punkte und hat 16.400 Punkte im Spiel erreicht. Wahnsinn! Es war eine wunderschöne Aktion und ich bedanke mich bei allen Zuschauern, wollte ich sagen. Oh mein Gott, ich habe zu viel geredet. Ihr waren fantastische Menschen. Ich danke euch, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut und wir sehen uns bei der Siegerehrung. Tschööö!